Hi Leute, für alle die mich nicht kennen, ich bin's Leon Bunt und ich nehme mich jetzt mit ins Training, zeige euch ein bisschen meinen Alltag und danach coachen wir noch ein bisschen. Haben wir einen schönen Koffer oben, davon nicht vergessen. Das sieht auf jeden Fall sehr früßend aus. Hey Leute, wir zeigen euch jetzt ein Training, danach geben wir aus Hessen und danach zeigen wir euch noch ein zweites Training darüber und das ist vom Tagesablauf. Das war's für heute. So, wenn ich jetzt den Kappen bekomme, dann kann ich den Kappen nicht passen, auf Dreckisch, 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 auf Dreckisch. Und noch schneller, noch schneller. Das war gut. Ich denke vor allem, alle haben getroffen. Alle haben die Vierheit. Das war schnell. Das war Schalter. Weißt du? Wir mussten nicht so viel kommunizieren, mit Wörtern. Das war gut. Was geht jetzt? Als nächstes, bring mal den Tee, quatsch ein bisschen, das ist überraschend. Wer bist du, was steckt hinter dir? Ich bin eigentlich lustiger Zeitsemester. Kann man sagen, ich mache viel Spaß. Letzten Endes, ich bin kein Mensch. Ernster, stupider Kämpfer einfach nur. Ich gehe normalerweise auch gerne weg. Ich bin gerne mit meinen Freunden unterwegs. Wenn ich nicht gerade sozusagen systematisch strukturiert bin, ich bin dann, wenn ich das mache, voll da drin. Aber abseits vom Sport. Keine Ahnung. Ich denke, ich kann mit mir Spaß haben. Früher war ich viel am Reisen und so. Habe ich das länger nicht mehr gemacht. Vielleicht, weil es mir wieder verstärkt erwartet. Wie sieht dein Alltag aus? Mein Alltag, wenn ich im Camp bin, wenn ich sechs Wochen vor dem Camp bin, acht Wochen vor dem Camp bin, ist tatsächlich nur so. Aufstehen, Training. Das ist Essen, Schlafen, Training. Wenn ich weiter weg vom Camp bin, dann ist es ein bisschen entspannter. Dann ist es trotzdem dennoch Training. Klar, ich kann nicht einfach von 0 auf 100 in die Vorbereitung sozusagen gehen. Das sollte man nicht machen. Man muss immer natürlich seine Frau halten. Was willst du den Leuten auf YouTube zeigen? Ich will euch generell meine Philosophie näher bringen, meinen Alltag ein bisschen zeigen, meine Trainingsanheiten natürlich zeigen. Ich will mit euch über Boxen sprechen. Und ja, vielleicht kann ich dem ein oder anderen natürlich auch Boxen ein bisschen näher bringen. Ja, das würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt oder Lust habt auf bestimmte Themen, dann haut es in die Kommentare und stellt mir Fragen dazu. Ich beantworte die gerne und behandle die natürlich auch gerne in den YouTube-Videos. So, mit dem Genuss. Das sind mehr Sexappeal und mehr läuft. Ja, das läuft jetzt. Wie hat deine Boxkarriere angefangen? Mit zwölf Jahren habe ich meinen ersten Kampf gemacht. Mit zehn Jahren circa habe ich mit Boxen angefangen. Davor habe ich auch schon Kickboxen gemacht. Also ich war immer aktiv und ich wollte das auch schon immer, muss ich dazu sagen. Also ich bin, glaube ich, mit sechs Jahren, da habe ich immer schon irgendwelche, oder vielleicht schon früher, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Da habe ich übrigens immer schon ein Kämpchen mit meinem Vater gestartet und wollte unbedingt irgendwas in diese Richtung machen. Wann hast du deinen ersten Profikampf? Dezember 2016 weiß ich noch, war das. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass ich davor die Jahre, wo ich Amateurboxen gemacht habe, Olympisches Boxen, dass es auch schon Profimäßig war. Also man hatte auch schon auf hohem Niveau geboxt. Ansonsten zu meinem ersten Profikampf kann ich noch sagen, es war wirklich eine Hammer-Veranstaltung. Das war in Sofia damals. Kubrat Purlev hat gekämpft und da war die Halle brechenvoll. Also 20.000 Leute, glaube ich, mindestens, die haben mega Stimmung gemacht und hat mega Spaß gemacht. Und vor so einer Kulisse dann seinen ersten Profikampf zu machen, das war schon etwas Besonderes. Welche Ziele hast du in der Zukunft? Also natürlich, das habe ich schon die ganze Zeit, mein größtes Ziel, Weltmeister zu werden. Und nebendran sozusagen, mich natürlich auch den Leuten Boxen näher bringen. Ich habe mega Spaß an dem Sport. Ich mache es mein Leben lang schon. Und ich will euch generell einfach den Sport näher bringen und meine Perspektiven, meine Dinge, die ich dort erlebt habe, zeigen, was ein geiler Sport das eigentlich heißt, wenn es ist. Wovor wir jetzt hin, Leon? Ja, gleich zweite Trainingsanheit mit meinem Vater. Heute nochmal anstrengend, bisschen Gas geben noch. Ja, gut, dass wir es gefilmt haben. Was ist schon kaputt oder das? Ja, das war es. Wir machen eine Pause wegen meinem Vater. Ah, ok. Annen Sieg das haben wir auch. Ja, das ist glaube ich. Das ist das, was mir auch. Was habt ihr alles gemacht heute? Mehr oder weniger heute war ein Tag so direkt den Spanker. Wir haben ein bisschen Tratze gemacht mit dem Trainer. Fand ich das anstrengendste Training, aber trotzdem bleibt es gut.